Ich hab ein überdimensioniertes creepy Wednesday-Porträt gemalt. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, der Blick eines Bildes verfolgt euch? Wednesdays Resting-Bitch-Face-Blick ist dafür wie gemacht. Dann hab ich mir extra so einen alten, siffigen Bilderrahmen besorgt, der so ranzig war, dass ich ihn erstmal restaurieren musste. Würdet ihr euch das Bild übers Bett hängen, damit Wednesday euch judgen kann?